GHA Discovery Hotel Kundenbindungsprogramm. Gehen wir heute mal auf das Programm ein, das überarbeitet wurde im Dezember 2021 und dort einige Änderungen für uns parat hat. Eine der wichtigsten Änderungen in meinen Augen ist, mit drei Nächten kann man schon den Top-Status bekommen. Und wir tauchen jetzt ein und schauen uns das Ganze mal bei GHA Discovery an, ob es sich lohnt, dort Kundenbindung zu machen oder auch nicht. Wichtig ist an dieser Stelle, dass die Mitgliedschaft in einem Hotel-Treueprogramm ja auch ein bisschen ist wie eine langfristige Beziehung. Es ist wie Liebe. Wir geben Liebe in Form von Geld. Die Fluggesellschaft oder in dem Fall die Hotelgruppe gibt uns Liebe in Form von Loyalität, Bonus, Upgrades, freies Frühstück. Und wir schauen, was die Liebe von GHA nach drei Nächten zu uns ist. Es klingt wirklich verlockend, mit drei Nächten den Top-Status zu bekommen. Aber jetzt erst mal durchatmen, locker durch die Hose atmen und dann schauen wir uns die Fakten an. Und die Themen, die wir in dieser Folge besprechen werden, sind, was ist überhaupt GHA Discovery? Viele von euch haben das wahrscheinlich nicht gehört. Ich bin auch lange Mitglied gewesen. Damals hieß es noch ein bisschen anders bei den, also die Statusstufen. Und welche Stufen gibt es? Was hat sich geändert? Warum hat sich das geändert? Was ist der Discovery-Dollar? Und gibt es lokale Angebote, die man annehmen sollte in den Hotels? Was ist das genau? Und dann natürlich tauchen wir ganz tief ein am Ende, indem ich euch sage, lohnt sich der GHA-Status überhaupt? Denkt daran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren. Wichtig ist diese Folge, wenn ihr sie jetzt seht, seid ihr entweder Kanalmitglied oder ihr seid kein Kanalmitglied und ihr müsst etwas länger warten, bis ihr es sehen könnt. Kanalmitglieder bekommen natürlich vorher solchen Content zu sehen. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns heute Abend bei der täglichen FQT-TV-TV-Show sehen, wo wir natürlich auf die News aus der Aviation eingehen. Wenn ihr sowas weiter hören wollt, abonnieren, Glocke und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Das Programm hat einen Restart oder einen Relaunch gehabt im Dezember 2021. Als es gestartet wurde, gab es 35 unabhängige Hotelmarken. Jetzt sind es 40. 85 Länder hat man unter dem Dach gehabt. Jetzt sind es über 100 Länder. Es waren 2021 im Dezember 500 Hotels. Jetzt sind es schon 800 Hotels. Das heißt also, ihr seht, dass dort wesentlich unter der Haube getreht worden ist, dass man wesentlich mehr bieten kann. Es gibt dort namhafte Luxusmarken wie Anantara, Park Royal, Elevana, Avani, Weißeroy oder was uns Deutschen natürlich der Inbegriff ist Kempinski. Auch das Adlon gehört dazu. Und wer sagt, das ist natürlich alles hochpreisig, ja, habt ihr recht. Dann schaut mal bei Marken wie NH Hotels. Es gibt natürlich viele Marken von dem GHA, die sind in Südostasien, aber auch im Mittleren Osten. Ich persönlich bin bei GHA gewesen, entweder in München am Flughafen, als es noch das Kempinski war, was jetzt das Hilton ist, oder eben an Antares in Abu Dhabi. Geiles Hotel, ich habe es gemocht. Weißeroy, Abu Dhabi ist übrigens das, was an der Rennstrecke ist, an der Formel-1-Rennstrecke. Und es gibt natürlich auch Optionen im deutschen Raum. Ich glaube, 40 oder sowas an der Zahl. In Österreich sind es sieben, in der Schweiz hat man auch noch etwas. Aber es gibt überall etwas für jede Pocketgröße, gerade weil ja die NH Hotels mit dabei sind. Und das macht das Programm spannend in meinen Augen, weil dafür jede finanzielle Nummer-Einlösung da ist. Das heißt, man hat High-Performance-Resorts, man hat aber auch NH Hotels, die relativ günstig sind. Im Vergleich. Status. Das ist doch das Wichtigste. Es gibt Status-Level vier Stück. Wer sich bei GHA Discovery einschreibt, bekommt den Status Silber. Das ist ein Einsteiger-Status, macht Sinn. Dann kommt Gold, Platinum und natürlich Titanium. Das Ganze ist irgendwie dann auch edelmetallmäßig hochgepimpt und gemacht worden, dass das auch eloquent klingt. Der Hautvorteil ist, dass wenn ihr bei den Karten, eine der Karten habt, vier bis sieben Prozent an Dollars bekommt. Das heißt Discovery Dollars. Das sind die Punkte, die ihr dort gibt. Und es gibt dann auch diese sogenannten lokalen Angebote. Und zu den lokalen Angeboten gehören Spa-Treatments, aber auch Essen. Ja, rabattierte Essen. Und diese Punkte zählen auch für den Status. Aber es gibt einen geileren Weg. Lasst uns da gleich drauf eingehen. Erstmal, wie bekomme ich den Status? Silber ist ganz einfach, hatte ich ja gesagt. Man muss sich einfach nur anmelden, damit hat man den Status. Wenn man dann weiterschaut, Discovery Gold, da muss man 1.000 Dollar ausgeben. Heißt also immer ohne Steuern. Aber jetzt kommt der Burner. Oder zwei Nächte Aufenthalt. Das heißt also, wenn ihr zwei Nächte Aufenthalt habt, seid ihr direkt schon Gold. Um den Platin-Status zu bekommen, braucht ihr nur 10 Nächte. Und braucht unter anderem einen Spend von 5.000 Dollar. Aber jetzt kommt's. Wenn ihr zwei verschiedene Marken habt, dann kriegt ihr schon den Platin-Status. Und den GHA Discovery Titanium, der der Top-Status ist, den gibt es mit 30 Nächten oder mit 15.000 Dollar Umsatz. Oder mit drei Hotelmarken. Ja, das heißt also, ihr braucht drei Übernachtungen. Und wenn man das über den Daumen zieht, peilt, wie auch immer, und vergleicht mit zum Beispiel Arco All Life, da braucht man wesentlich mehr Nächte. Das heißt also, man braucht da auch 30 Nächte, nicht mit dreien. Oder bei Hilton braucht man auch wesentlich mehr. Das heißt also, man braucht 60. Ja. Oder halt die Stays, 30, glaube ich, sind es. Und bei Arco sind es, glaube ich, auch 60, wenn ich richtig im Kopf habe, um den Top-Status zu kriegen. Und das ist doch mal ein Fast-Track. Da braucht es keine Promotion, da braucht es gar nichts. Da könnt ihr einfach einsteigen und sagen, hey, so geht es los. Und den Titanium-Status mit drei, also wirklich mit drei zu bekommen, ist doch absolut easy-peasy. Da kannst du auch in ein NH-Hotel gehen, gehst in ein Campy und das Dritte, keine Ahnung, guckst ja irgendwo aus, wo du was hast. In Finnland haben wir das Glow oder sowas. Aber lass uns mal die Marken durchgehen. Das ist die Frage natürlich, welche Marken gibt es bei den Freunden von GHA Discovery? Wenn wir uns die Marken angucken, dann sind das Anantara, dann ist das Araya, Avani, Small World, Bristoria, Grey, Capella, Cortina, Discovery, Divani, The Doyle Collection. Ich muss das ablesen, weil es sind zu viele. Ich hatte ja gesagt, 40 Stück. Elvara, dann ist es Fouchon, Glow hatte ich genannt, Yaresorts, Kempinski, Laila, Lugarino, Marco Polo, Musk, NH, NH Collection. Also das heißt, NH und NH Collection zählen als zwei verschiedene Marken. Enhau, Nikolo, Niki Beach, Niki Beach sind auch geile Hotels. Oder wer zum Beispiel im Asisch-Pazifik-Raum ist, also Australien oder sowas, da gibt es Oaks. Oder auch Nuo, Outriger, Pan Pacific, auch sehr viele in Asien. Park Royal, dann Park Royal sind zwei verschiedene. Patina, Shaza, Sun International, The Residence, The Set, dann The Sukkotai, Tivoli, Ultratravel, Weißer Roy. Das heißt also, da gibt es so viele Marken, dass ihr mit drei Marken relativ schnell den Top-Status bekommt. Und diese ganzen Marken, die ich euch aufgezählt habe, ich gebe euch gleichzeitig natürlich jetzt diesen Scrolldown, dass ihr es seht, könnt ihr nochmal darauf eingehen. Und wenn wir uns nochmal die Status-Vorteile anschauen, ja, die Status-Vorteile, da sind wir ja nicht wirklich am Ende. Ich sage mal so, die anderen Status brauchen wir ja gar nicht anzugucken, wenn wir doch die Vorteile mit drei Nächten schon einfach mit dem Titanium haben. Heißt also, wenn man den Titanium hat, dann bekommt man sieben Prozent zurück in diesen Dollars, in diesen Discovery-Dollars. Dann gibt es ein doppeltes Zimmer-Upgrade bei Verfügbarkeit. Early Check-In, elf Uhr morgens ist Early Check-In. Late Check-Out, aber beides ist leider nur bei Verfügbarkeit. 48 Stunden garantierte Verfügbarkeit eines Zimmers geht einher mit bekloppten Preisen. Manchmal muss man natürlich auch der Ehrlichkeit teilweise sagen. Es gibt dann ein sogenanntes Welcome-Amenity, das heißt also etwas, was dann lokal inspiriert ist. Ich weiß gar nicht mehr, was ich in Abu Dhabi bekommen habe. Was war es bei Campi? Ich glaube, Schoko oder sowas. Ich weiß jetzt gar nicht, was da lokal mit München war, aber gut, ist halt so. Dann gibt es natürlich noch einige Benefits, die man hat, je nach Marke. Die sind unterschiedlich. Internet ist kostenlos, das sollte ja immer kostenlos sein, ist Quatsch. Und jetzt kommt etwas, was wir sonst nur von Hyatt kennen, und zwar mit dem Guest of Honor. Das heißt also, man kann hier Statussharing machen. Man kann Freunden, aber auch Familie den Status geben, dass sie den benutzen können. Dann gibt es Rabatte bei den Hotels. Das heißt also, ich habe gesehen, bei einem Hotel, was 230 Euro kostet, kannst du es für 198 als Mitglied buchen. Ist doch schon mal ein Vorteil. Dann gibt es natürlich auch nur Gelegenheiten, die Mitglieder nehmen können, wenn es zum Beispiel Promotions gibt oder sonst was. Auch eine coole Geschichte. Letztes Jahr gab es von denen zum Beispiel eine Million von diesen Discovery-Dollars zu gewinnen. Und diese Experiences, die man buchen kann, kann man nur als Mitglied buchen. Und es gibt in jedem Hotel sogenannte Local Offer. Aber da gehe ich gleich drauf ein. Das ist etwas, was in meinen Augen Loyalität schafft, wo man sagt, hey, da gehe ich gerade für jemanden, der wenig reist. Aber da bin ich auch schon fast wieder in der Bewertung. Lass uns erst mal schauen, was es für Änderungen gegeben hat. Heißt also, eine der Änderungen, die wirklich traurig ist, ist natürlich, dass die Discovery-Dollars relativ schnell, sie werden ungültig. Heißt also, wer Silber isst, der verliert leider schon nach sechs Monaten die Dollars. Wer Gold isst, der hat 18 Monate und Platin hat auch nur 18 Monate, nur der Titanium hat 24 Monate. Jetzt müssen wir mal der Ehrlichkeit halber sagen, wer keine drei Nächte in einem Hotel übernachtet, kann eh keine große Anzahl an diesen Dollars machen. Ich meine, normalerweise muss man da jetzt sagen, burn while you earn. Und das ist ja mal eine coole Geschichte. Man kann da halt dann vielleicht seinen Aufenthalt mit den Punkten etwas besser gestalten. Wir sehen auch natürlich jetzt bei den Änderungen, dass man wesentlich schneller durch die Statusstufen durchhuddeln kann. Heißt also im Prinzip, wenn man besondere Sachen macht, wie so ein Helikopterreiz, den gibt es zum Beispiel in Sydney. Da gibt es zum Beispiel alleine schon 200 Credit von diesen Geschichten, aber der ist natürlich dementsprechend teuer. Man kann auch diese Discovery-Dollars bekommen, dass man diese ausgeben kann auf diskontierte Raten. Das ist mal wieder gut. Und was auch ist, ist, dass diese Package-Deals gibt, dass man dort also wirklich auch dann nochmal weitere Vorteile hat. Das heißt also, dass man Spa-Aufenthalte und so weiter benutzt. Und eine Sache ist, wer zum Beispiel so ein Hotel vor der Haustür hat, ein Kempinski oder sowas, und geht da zur Massage oder zum Spa, kriegt auch Punkte dafür. Also das heißt, ihr müsst kein Hotelgast sein. Das ist in meinen Augen eine sehr, sehr gute Geschichte. Und man bewegt sich damit natürlich so ein bisschen in die Richtung von Shangri-La. Das heißt früher, also Shangri-La Circle heißt es, früher hieß es Golden Circle, hat man es Golden weggelassen. Und da ist es halt so, dass hier jetzt die Benefits wirklich wesentlich schneller kommen. Und die ganz neuen Benefits, ich kann es nur nochmal sagen, drei Aufenthalte, zwei Zimmerkategorien, Upgrade bei Verfügbarkeit, das ist doch eine coole Geschichte. Jetzt sagt ihr, was gibt es bei den anderen Statusvorteilen? Gehe ich jetzt auch nochmal, ich gehe nochmal auf alle Statusvorteile ein, damit wir da dann wirklich alles abgegriffen haben. Man bekommt für jede Ausgabe im Programm natürlich Discovery Dollars. Und die können natürlich genutzt werden. Wenn man Silber isst, und das ist das, was ich natürlich bin, wenn ich einfach mich anmelde, dann bespart man 10% oder mehr, wenn man direkt auf der GHA Discovery Seite bucht. Man bekommt 4% Discovery Dollars zurück. Man kriegt auch nochmal Rabatte, die nur für Mitglieder sind und Internet kostenlos. Dann gehen wir hoch weiter auf die Gold-Statusgeschichte. Da gibt es natürlich auch wieder die 10% oder mehr. Man bekommt 5% anstatt der 4% Discovery Dollar auf den kompletten Ausgaben im Hotel. Und man bekommt dort dann auch wieder etwas mehr Angebot. Das heißt also, der Unterschied im Prinzip zwischen Silber und Gold ist, dass man mehr von diesen Punkten bekommt. Also 4% bei Silber, 5% bei Gold. Platin ist es so, dann bekommt man auch die 10% bei der Buchung, aber 6% Return. Man bekommt dann auch noch zusätzlich einen Enhanced Room Upgrade, was auch immer Enhanced heißt. Man bekommt auch, wenn man dort ist, ein Lake Checkout, upon availability, schwieriges Wort. Das ist bis 3 Uhr nachmittags. Das Geschenk, was man bekommt, okay, das ist sehr schön. Und man bekommt dann auch nochmal natürlich Internet. Ich sag's euch, das wiederholt sich. Und wenn ihr drei verschiedene Hotels abgegrast habt aus der Gruppe oder die Umsätze gebracht hat, dann gibt es 10% oder mehr wie immer, aber 7% Discovery Dollars. Dann gibt es ein doppeltes Zimmer Upgrade, wo es verfügbar ist. Dann bekommt man Early Check-In, 11 Uhr morgens. 11 Uhr. 4 Uhr nachmittags ist leider alles beides nur bei Verfügbarkeit. Ich sag's nochmal. Dann bekommt man ein Welcome Amenity, was ein bisschen größer ist als das von einem Gold normalerweise. Man kann die Statusvorteile an Familie und Freunde geben. Und man bekommt natürlich auch nochmal Member-Only-Rabatte und Package-Deals. Drei Aufenthalte. Ich find's cool. Dann sagt ihr, was kann ich mit den Discovery Dollars machen? Ihr könnt die ausgeben, wie ihr möchtet. Ihr könnt sie ausgeben für das Zimmer, fürs Essen, fürs Spa, für Golf spielen oder für irgendeine dieser Erlebnisse, die man kaufen kann. Man kann beim Check-Out einfach die Discovery Dollars auf die Rechnung schreiben lassen. Heißt also, man zieht es von der Rechnung ab. Und es ist egal, welchen Statuslevel man hat, die Möglichkeiten, die Dollars zurückzugeben, also einzulösen, sind für alle Statusstufen gleich. Der einzige Unterschied ist nochmal, da ganz klar zu sehen in dem Punkt, dass man halt mehr verdient. Von 4 über 5 über 6 über 7. Klare Geschichte, oder? Dann wollt ihr natürlich wissen, was sind solche lokalen Veranstaltungen, die man dort dazu buchen kann oder was es halt gibt. Und da kann man mal gucken, dass es zum Beispiel 15% Rabatte gibt auf irgendwie auf Strandzugang mit irgendeiner Cabana oder sowas. Dann 15% in Restaurants oder wenn man dann schaut, gibt es 15% auf Golfkursnutzung oder aber bei Massagen. Heißt also, da gibt es viele, viele verschiedene Dinge, die man machen kann mit diesen Statusmitgliedschaften, die einem da diese Erlebnisse geben. Ich bin eigentlich überrascht, dass ich das gar nicht früher auf der Agenda hatte. Heißt also, dass ich jetzt ehrlich schon wieder aus dem Fokus verloren hatte. Das lag einfach daran, dass, ja, dass Kempinski nicht mehr am Flughafen in München ist, wo ich öfters übernachte. Und jetzt da ist Hildnis, war es mir ganz gelegen. Und ich hatte die Karte eh über meinen Lufthansa Horn Circle und, ja, das war es dann einfach. Und jetzt stellt ihr euch natürlich die Frage, lohnt sich der GHA-Status? Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, ja, der Silber-Status, der Gold-Status oder der Platin-Status, sorry, aber wer keine drei Nächte zusammenkriegt, um den Titanium zu bekommen, um diese doppelten Zimmerabgates zu bekommen, den Early Check-In, Late Check-Out und so weiter und so fort, dass auch Familienmitglieder den Status nutzen können, der hat es echt verpeilt. Weil das ist ein Wert an sich, der wirklich relativ easy zu bekommen ist. Heißt also, natürlich, dass man jetzt sagt, okay, dass in Südostasien da diese meisten Hotels sind oder im Mittleren Osten, ist eine klare Geschichte. Aber man kann zum Beispiel in Deutschland, und das ist ein Hotel, als es bei Interconti war und ich den Royal Ambassador hatte, fand ich das Hotel richtig geil. Und das war damals das Interconti-Berchtesgaden, das ist jetzt das Kempinski-Berchtesgaden auf dem Berg. Schaut man bis Salzburg rüber von Berchtesgaden, super Location. Der Pool hat auch eine interessante Geschichte im Spa. Man hat den Pool etwas kleiner gemacht, als man eigentlich wollte, weil dem Bauherrn das Geld ausgegangen ist, so ist die Geschichte. Aber der Pool ist trotzdem geil, so ein bisschen Infinity-Look über die Berge schauen. Das ist etwas, was richtig cool ist. Wer zum Beispiel auf die Malediven geht, der kann zum Beispiel mit dem Anantaraki Hava Malediven Villas dort richtig schön was erleben. Oder man geht zum Beispiel nach Krabi, da gibt es das Avani Ao Nang Cliff Krabi Resort. Oder aber man kann zum Beispiel nach Singapur gehen und dann in Adaman Sea Hotel übernachten. Das sind doch Sachen, wo man wirklich, übrigens ist das Park Royal Collection Pickering übrigens in Singapur, Entschuldigung. Und das sind doch geile Sachen, wenn man da schaut, dass man wirklich Vorteile bekommt für so schmales Geld. Diese Karte ist wirklich für wenig Reisende. Ich kriege dafür gar nichts, ich bin nur ganz enthousiastisch, nachdem ich jetzt wirklich diese Karte mir nochmal angeschaut habe, weil ich darauf angesprochen werden bin von euch. Und deshalb gebe ich euch jetzt meinen Hinweis und die Sendung. Ich bereite jetzt das Ganze für euch vor. Ich freue mich, dass wir gleich auf Sendung gehen. Ich habe noch eine Stunde, bis ich online gehe. Mal gucken, ob ich die Bearbeitung von dem Ganzen hier schaffe. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen. Und vor allem ganz, ganz wichtig, kommentiert, Kanalmitgliedschaft. Dann seht ihr solche Beiträge wesentlich früher. Also, danke und bis heute Abend. Bis bald. Also, ciao.